Dieses Jahr im Open Lab Day zeigen wir 26 verschiedene Projekte aus unterschiedlichsten Bereichen. Teilweise kann man sich die Hardware in unserem Rückgebäude angucken, teilweise haben wir studentische Abschlussarbeiten und teilweise haben wir Projektergebnisse aus Praktika. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.